Ich muss ja schon sagen, früher war es wirklich ein riesengroßer Akt für alle Teilnehmer in einem Netzwerk, wie zum Beispiel hier bei der Fritzbox, irgendwie ein VPN zur Verfügung zu stellen. Jeder brauchte irgendwie einen Client oder sowas. Aber das ist heute ganz anders, denn mit der Fritzbox heutzutage, noch nicht alle, aber einige und sehr viele mittlerweile, haben wir die Möglichkeit, WireGuard-Clients einzuspiegeln. Den haben wir schon ein paar Mal bei mir auf dem Kanal gesehen, aber wir haben noch nicht gesehen, wie man einfach für den Otto-Normalbürger, der keinen Side-to-Side-VPN braucht, der braucht vielleicht einfach nur eine VPN-Verbindung in einem anderen Land, um Netflix zu gucken oder was auch immer was zu gucken. Es gibt ja so viele Anwendungsmöglichkeiten und das alles ist jetzt hier wirklich mit der Fritzbox ja total einfach möglich. Und genau den Einrichtungsweg will ich euch heute zeigen, aber ganz kurz erstmal ein bisschen Theorie, damit auch alle wirklich verstehen, worum geht es. Also unsere Fritzbox hat eine ganz normale Internetverbindung hier raus, ganz normal, Vodafone, Telekom, was auch immer, in das deutsche Internet. Das heißt, wir haben auch eine IP-Adresse, eine IPv4-Adresse, die uns quasi Deutschen wieder zugeführt wird, beziehungsweise uns identifizierbar macht, dass sie halt eben aus dem deutschen Netz kommt. Und jetzt gibt es ja sogenannte Geoblocks und so weiter und dafür nutzen wir ja vielleicht VPN. Nicht nur, um ein paar Daten zu verschleiern, sondern halt eben auch vielleicht ein bisschen Geoblocking zu umgehen. Und da gibt es halt eben ganz tolle Anbieter wie ProtonVPN und noch viele andere. Ich nutze halt eben immer ProtonVPN, weil für mich funktioniert es überall sehr gut, egal in welchen Gerätschaften, egal ob Handy, PC, Fritzbox oder meine MikroTik-Route oder sonst was. Deswegen nutze ich halt eben überall ProtonVPN. Gut, und jetzt in dem Fallbeispiel wollen wir jetzt einfach uns eine VPN-Verbindung aufbauen in die USA und wollen halt eben entweder A, ganz wichtig, wir können jeglichen Traffic hier drüber jagen, direkt nach USA oder wir können sagen, explizite Gerätschaften, also zum Beispiel nur mein PC oder nur mein Handy soll halt eben über diese VPN-Verbindung gejagt werden, sodass alle anderen betroffenen Geräte hier bei mir im Haushalt damit gar nichts zu tun haben. Und wie das geht, zeige ich euch natürlich jetzt. Also ihr braucht natürlich erstmal irgendwie einen ProtonVPN-Account. Ich persönlich habe immer einen Jahresaccount für 5,99 im Monat. Ich glaube, das sind dann irgendwie 70 Euro oder so weit. Ist vollkommen in Ordnung. Ihr bekommt, glaube ich, 50 Prozent, wenn ihr hier unten den Link bei mir anklickt in der Videobeschreibung. Deswegen unbedingt den Link unten anklicken. Und dann, wie gesagt, ihr könnt euch auch ausprobieren einfach. Ich glaube, es gibt sogar 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt sie auch einfach ausprobieren. Ist ja gar kein Problem. Dann, wenn ihr auf jeden Fall euch eingeloggt habt, gibt es hier den Menüpunkt auf der linken Seite Downloads. Und jetzt müssen wir uns nämlich eine WireGuard-Vorgefertigte-Konfiguration herunterladen. Ihr müsst dabei gar nichts großartig machen. Das Einzige, was ihr großartig machen müsst, ist, hier unten haben wir jetzt die WireGuard-Konfiguration, müsst euch überlegen, in welchem dieser Lande möchtet ihr denn gerne herauskommen. Wir haben ja gerade gesagt, in unserem Fallbeispiel wollen wir jetzt, boah, 807 Server haben die da in den USA nicht schlecht. Wollen wir jetzt ja in den USA rauskommen, ich suche mir jetzt einfach mal einen raus, der weiter unten ist, mit ein bisschen weniger Last hier. Los Angeles, der ist auch wenigstens schön weit weg. 5 Prozent Last reicht uns vollkommen aus, den werden wir jetzt gleich nehmen. Eine Sache habe ich vergessen, wir müssen hier oben nämlich noch einen schönen Namen vergeben. Das machen wir jetzt auch. Ritzbox underscore USA, nennen wir den jetzt einfach. Und jetzt ganz wichtig, wir klicken hier oben auf Router drauf. Alle anderen Optionen lassen wir einfach so stehen, denn wir entfernen jetzt gleich sowieso nochmal zwei kleine Menüpunkte, weil die Fritzbox damit zwischendurch irgendwie nicht so wirklich zurande kommt. Aber das kann sich natürlich auch in den anderen Versionen mittlerweile ändern. Also einfach nur einen Namen angeben. Wir klicken hier Router an und das war's. Scrollen dann ein wenig wieder runter zu unserem Server unserer Wahl. USA, warum der jetzt hier mit der Internetverbindung hin und her flappt, keine Ahnung. So, Los Angeles, 4 Prozent, nehmen wir den hier. USA, 249, 4 Prozent erstellen. So, jetzt wird uns wirklich die Konfigurationsdatei erstellt und das ist alles. Und jetzt machen wir wirklich nichts anderes, als dass wir wirklich nur diese Dateien nehmen und sagen, klick, bitte herunterladen. Und jetzt haben wir hier oben eine Fritzbox, USA, USCA, 249.conf. Jetzt ein kurzer Hinweis, wir werden es jetzt einmal hier im Video testen. Hier ist die Konfiguration. Da steht jetzt sowas drin mit VPN, Accelerator, NAT, Moderate, NAT. Das ist alles interessant, wenn man vielleicht hier Handys und PCs und sonst was benutzt. Das kann sowieso jetzt erstmal unsere WireGuard-Konfiguration gar nicht. Deswegen ist es auch ausgegraut. Ich lasse es jetzt mal drin, wir werden uns einfach probieren, ob was macht. Ansonsten, wenn ihr Probleme haben solltet, einfach dieses ganze Hashtag Zeug hier rausschmeißen aus der Datei, Datei speichern und dann nochmal von vorne. So, ich will gar nicht darauf eingehen, was da jetzt in der Konfiguration drin steht, denn das ist für dieses Video gar nicht so relevant, sondern ganz schnell übersetzt. Da steht eigentlich eigentlich in dieser Datei nur drin, verbinde dich. Hier sind ein paar Verschlüsselungspaare und schicke bitte alles ins Internet über diese VPN-Verbindung. Mehr steht in der Datei nicht drin, mehr müsst ihr auch erstmal gar nicht wissen. Denn wie man den ganzen Traffic steuert, steuert man nämlich über die Fritzbox und da gehen wir nämlich jetzt auch hin. So, Fritzbox, wir locken uns hier einfach ein, damit ihr auch wirklich seht, dass wir das jetzt alles per Hand machen. Locken wir uns einfach in die Kiste ein. Gehen dann hier einfach über Internet und Freigaben. Dort oben haben wir dann den Menüpunkt WireGuard. Und jetzt spielen wir hier wirklich einfach nur unsere Konfigurationsdatei ein. Das heißt, Verbindungen hinzufügen. Sagen, wir haben eine sogenannte Side-to-Side-Verbindung, weil wir müssen natürlich jetzt die Sides verbinden. Sagen, benutze definierte Einrichtung, auch weiter. Und jetzt kommt, wurde diese WireGuard-Verbindung bereits auf der Gegenstelle, das ist unser Proton-Dienst, ja, erstellt. Ja, natürlich, weil jetzt labert der uns auch gar nicht voll und sagt einfach nur, alles klar, dann gib mir doch einfach mal deine Konfiguration. Das machen wir jetzt hier auch und nennen das Ganze mal Proton-VPN-USA. Dann wissen wir auch, worüber geht die VPN-Verbindung und wohin. Dann wählen wir einfach unsere Datei hier aus. Das ist unsere USA-Datei. Und jetzt kommen schon drei Abfragen im Endeffekt. Eigentlich sind nur zwei davon relevant. Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden, haben wir ja gesagt, wollen wir haben. Werden wir also tun. NetBIOS lassen wir erstmal weg. Aber, ganz wichtig, hier unten gibt es noch den Menüpunkt, nur bestimmte Geräte im Heim-Netzwerk sollen über die WireGuard-Verbindung erreichbar sein. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man kann jetzt also steuern, okay, es soll nur mein Handy über diese VPN-Verbindung gehen. Es soll nur der Fernseher über diese VPN-Verbindung gehen. Es soll nur der PC über diese VPN-Verbindung gehen. Das kann man jetzt damit steuern. Oder wenn ich den Haken halt eben weglasse, dann kann ich einfach sagen, alles klar, einfach alles über die VPN-Verbindung. Also, werden wir jetzt auch erstmal machen und werden gleich das einzelne Gerät aktivieren. Das heißt, wir aktivieren jetzt erstmal nur gesamten Netzwerkverkehr, darüber prügeln und klicken einfach auf Fertigstellen. Jetzt will er wie immer eine Bestätigung haben. Wir drücken einmal auf das Knöpfchen, um zu sagen, alles klar, ich will das Ganze wirklich haben. Und jetzt dauert das ein paar Sekunden, bis er wirklich sagt, alles klar, er akzeptiert die Verbindung. Das heißt, auch dieses ganze Kommentar da drin hat er jetzt hier akzeptiert und sagt jetzt, alles klar, Einstellungen erfolgreich übernommen. Jetzt nicht in Panik verfallen, dass die Fritzbox jetzt nicht sofort hier anzeigt, alles ist grün, alles ist wunderbar. Die braucht. Das gute Schätzchen, sagen wir ja immer wieder, braucht vielleicht mal zwischendurch von AVM eine stärkere CPU. Es reicht natürlich für uns zu Hause hier vollkommen normal aus, aber das Ganze dauert immer eine Sekunde, bis er die Verbindung hier aufgebaut hat. Ich aktualisiere mal und jetzt seht ihr auch, die Verbindung ist jetzt ganz normal grün und wir leiten jetzt auch hier oben. Gesamter Datenverkehr wird jetzt über diese Verbindung geroutet. Was erwarten wir jetzt, wenn jetzt jegliche Verbindung, alles, und mein PC ist ja mit der Box hier verbunden, was erwarten wir jetzt? Wir erwarten natürlich, dass wir diese IP-Adresse hier, wohin wir uns verbunden haben, in der USA, erwarte ich jetzt eigentlich, dass ich das Ganze hier mit, nicht mehr mit meiner deutschen IP-Adresse, sondern mit meiner IP-Adresse aus den USA angezeigt bekomme. Das ist natürlich sehr, sehr klasse jetzt, aber das ist einfach ein Anzeigefehler. Aber ihr seht, 146.70 ist jetzt hier eingetragen. Einmal kurz quercheck, 146.70. Wo haben wir es? Da ist meine Fritzbox. 146.70, bla bla bla, 226, 227, das ist auch in Ordnung, weil das Ganze wird halt eben geroutet. Und schon landen wir halt eben jetzt gerade, laut der Anzeige hier in Rumänien. Wir wissen aber natürlich, der Server von Proton steht in den USA, das ist ja einfach von der Webseite. Die weiß es gerade nicht genauer, dass diese IP-Adresse eben in den USA geroutet ist. Naja, auf jeden Fall, unsere VPN-Verbindung steht jetzt hier über die Kiste. Wir können jetzt auch einfach mal über die VPN-Verbindung, machen wir jetzt auch einfach mal einen Speedtest, sodass ihr seht, das ist eigentlich alles gar nicht so langsam. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt hier bei mir an meinem DSL liegen 50 Mbit an. Was haben wir da? 50 Mbit, also wir kriegen jetzt wirklich über die Proton-VPN-Verbindung, ja, da steht jetzt 46, schwankt halt hin und her, bekommen wir wirklich Volldampf drüber. Ich weiß halt eben auch, dass wir bei großen Leitungen hier bei meiner Kabel-Internet-Leitung kriege ich auch bis zu 1 Gigabit ohne Probleme darüber, denn die werben sogar damit, 10 Gigabit-Anbindung daran zu haben. Das heißt also, in guten Zeiten wird man mit Sicherheit da richtig Performance drüber kriegen. Und zu den Latenzen kann man es auch ganz klar sagen, hier, wir haben auf jeden Fall eine weite Strecke zurückzulegen, bevor wir halt eben wirklich Fast.com erreichen. Das passt auch jetzt sehr, sehr gut schon mit der USA-Westküste, wo wir auskommen, ist das von den Millisekunden her ziemlich realistisch. Jetzt habe ich euch ja eben noch gesagt gehabt, man kann das Ganze jetzt auch einrichten, dass man nur einzelne Klienten eben in dieses VPN-Netzwerk reinhängt. Auch das ist jetzt noch nachträglich ganz einfach steuerbar. Das heißt, ihr wollt jetzt einfach, dass jetzt gerade eben das andere Handy oder das Handy von, keine Ahnung, oder der Fernseher von was auch was, der Alexa-Stick oder was auch immer über diese VPN-Verbindung geht. Das geht ganz einfach, indem wir wirklich einfach auf Editieren geht. Und dann finden wir auch diese ganzen Einstellungen wieder und auch die Einstellung, nur bestimmte Geräte im Heimnetzwerk sollen über diese WireGuard-Verbindung halt eben gebucht werden. Und jetzt kann man hier hinten die ganz normalen Häkchen aktivieren. Und ich nehme jetzt mal das Häkchen hier von meinem Desktop-PC, der jetzt gerade verbunden ist, nehme ich jetzt einfach mal raus. Das heißt, mein PC soll jetzt nicht mehr über diese Verbindung gehen. Ich klicke einfach auf Übernehmen. Jetzt wird das Ganze wieder routingtechnisch in der Fritzbox so verdrahtet, dass mein PC jetzt nicht mehr über diese Verbindung geht. Auch da wieder jetzt, cool, cool Blut. Wie sagt man? Ruhig Blut. Die Fritzbox ist nicht die schnellste. Das mit den ganzen Routen, da dauert immer eine Sekunde wirklich. Und wenn wir jetzt einfach mal ruhig hochzählen und jetzt nochmal über diese, wie ist meine IP-Verbindung gehen, sollte er mir jetzt wieder mal ganz normal meine deutsche IP-Adresse anzeigen. Und da haben wir es, 92.75 Deutschland und wir sind jetzt nicht mehr im VPN-Tunnel. Das heißt, ihr könnt wirklich ganz, ganz einfach steuern, welcher Client soll halt eben über diese Verbindung gehen und welche eben nicht. Und genau da ist jetzt ja der Einsatzzweck. Ihr müsst keine Clients mehr installieren, irgendwelche Software installieren. Ihr könnt es einfach über eure Fritzbox steuern, um halt eben eurem Fernseher oder sonst was zu sagen, bitte gehe in die USA. Ganz wichtig noch, hier gibt es jetzt keinen Tipp von mir. Irgendwie richtet man das Ganze ein. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Filme gucken wollt, die in Deutschland nicht da sind, müsst ihr vielleicht auch in eurem Account USA einstellen. Und nicht nur in der VPN-Leitung. Nur ein kleiner Tipp. Mehr gibt es zu dem Thema eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist alles und das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Und das funktioniert jetzt einfach endlich mit der WireGuard-Integration in der Fritzbox sehr, sehr gut. Und wenn ihr mal einfach mal keine Lust mehr auf die VPN-Verbindung habt, wirklich, ihr braucht wirklich nur den Haken nehmen, ausschalten, übernehmen, sagen und schwuppdiwupp ist diese komplette Verbindung auch wirklich erstmal wieder deaktiviert und alle Geräte laufen ganz normal über das gewohnte Internet und ihr habt auch erstmal keine Probleme. Falls irgendwo da ein Kommunikationsproblem ist, erstmal ausschalten und dann prüfen. Funktioniert eben alles noch. Denkt dran, falls ihr das nachbauen wollt, hier unten drunter ist ein Link mit Proton. Da kriegt ihr nochmal ein paar Prozente mehr. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück bei der Einrichtung und natürlich viel Spaß mit der Nutzung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. 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 했어요. 밤 mission Untertitelung des ZDF für funk, 2017